Zwei Blondinen, da sagt die eine zur anderen, du glaubst nicht, was mir passiert ist, da war Stromausfall und ich habe die ganze Zeit im Aufzug festgesessen. Och, sagt die andere, ist ja gar nichts, ich war auch in dem Haus, aber ich habe die ganze Zeit auf der Rolltreppe stehen müssen.